Nach Korruptionsverwürfen Der unter Korruptionsverdacht stehende chinesische General Zhang Yang hat sich in seinem Haus in Peking das Leben genommen. Zeitungen bezeichneten den Suizid als verachtenswerte Tat. Der hohe chinesische General Zhang Yang, der seit zehn Jahren zur obersten Militärführung des Landes gehörte, hat Selbstmord begangen. Der 66-Jährige habe sich am Samstag zu Hause in Peking umgebracht, nachdem Ermittlungen wegen Korruption gegen ihn eingeleitet worden seien, berichtete die Militärkommission am Dienstag. Die Hongkonger Zeitungshaus China Morning Post berichtete, der General habe sich erhängt. Für eine große Menge an Eigentum soll er der Strafverfolgung zufolge keine Rechenschaft ablegen können, außerdem werden ihm andere Vergehen vorgeworfen, mit denen er schwer gegen Gesetze und Regularien verstoßen haben soll. In den Ermittlungen sei es um seine Verbindungen zu den bereits wegen Korruption verfolgten hohen Generälen Guboxiong und Tsukaiu gegangen. Die beiden früheren Wissechefs des obersten Führungsorgans der Streitkräfte waren die bislang höchsten Militärs, die über die Antikorruptionskampagne von Xi Jinping gestolpert waren. Der Staats- und Parteichef ist Vorsitzender der Militärkommission und damit Oberkommandierender der Volksbefreiungsarmee. In einem Kommentar der Armee-Zeitung Yifang Yunbao hieß es, der mächtige General Zhang Yeng habe seinem Leben auf schamlose Weise selbst ein Ende gesetzt. Mit seinem Selbstmord habe er sich der Bestrafung dafür entzogen, die Parteidisziplin und Gesetze gebrochen zu haben. Es ist ein äußerst schreckliches Verhalten. EINK Vielen Dank.